Mach mit Melde Dich an Hier Sende eine E-Mail an Schreibe Anleitungen und Handbücher, übersetze aktuelle Dokumentationen ins Deutsche oder helfe dabei. Du hast Dokumentvorlagen, eine Tabellenkalkulation für die Betriebskostenabrechnung oder andere pfiffige Anwendungen entwickelt? So bringe Deine Ideen und Anwendungen in das Projekt ein. Erweitere die Fülle an Wissen. Erstelle Deine Beiträge im Wiki von The Document Foundation. Erstelle Tutorials, die den Benutzern von LibreOffice helfen, die Funktionen des Programms besser zu verstehen. Du kannst Dich an vielen weiteren Aufgaben für LibreOffice beteiligen. Auf dem YouTube-Kanal in der Playliste.de von The Document Foundation findest Du Tutorial-Videos. Melde Dich an. Hier Sende eine E-Mail an. всё Dich an. Dich an. Allửa Dich an. Dich an. Dich an. Dich an. Bis zum nächsten Mal.